Oh, was mache ich da? Was mache ich da? Ich weiß nicht was ich mache, aber es ist vielleicht ganz gut. Auf jeden Fall, Space und Heliorgane. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Surgeon Simulator. Heute versuchen wir mal... Jetzt fangen wir wieder fest. Jetzt versuchen wir den guten, lieben Donald Trump mal, ja, zu retten. Mann, geh doch weg. Mir ist aufgefallen mit dem Laser kann man, wenn man ein bisschen aufpasst, oh, das war jetzt zum Beispiel nicht aufgepasst, aber wenn man ein bisschen aufpasst, die Knochen ganz gut rauskriegen. Wir haben einfach mal ein bisschen ausgetestet, so hier. Wir verlieren echt nicht viel Blut, wenn man rechts schaut. Weniger als wenn wir jetzt den Hammer nutzen. Und ich meine, nur für die Knochen ist das doch ganz okay. So, hier haben wir wieder ein Stückchen. Cool wäre auch, wenn es so in so einem... Oh, jetzt haben wir aber doch ganz schön verloren. Ähm, jetzt muss ich mir das irgendwie drehen. Okay, ja so. Ganz so ein bisschen tiefer, dass ich so raus habe. So, ganz vorsichtig. Oh, nicht direkt aufs Herz. Tut ihm nicht so gut. Ja, hier. Und dann da noch. So. Hier. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da drüben schon durch bin. Doch, da bin ich durch. Eigentlich müsste ich jetzt das weglegen können. Vorsichtig. Und die Knochen hier einfach beiseite räumen können. Oder? Da klingt doch nimmst du mal dran, der Knochen. Hä? Warum kriege ich den nicht weg? Auf jeden Fall kriege ich hier den Knochen weg. Oh. Was mache ich da? Was mache ich da? Ich weiß nicht, was ich mache, aber es ist vielleicht ganz gut. Auf jeden Fall spacen hier die Organe ganz schön rum. So, jetzt brauche ich vielleicht doch nochmal den Hammer. Ja, das war jetzt nicht so gut, wenn der so auf der Hand fällt. Wow, jetzt dreht er sich in meiner Hand. Wow, was geht hier ab? Ist okay. Ist okay, Hammer. Ist alles klar. Komm schon. Gib mir die Organe. Äh, die Knochen mal nicht. Mann, mit dem Laser ging das viel besser. Mann, ich will das hier. Okay. So, lassen wir mal jetzt so. Ah, ja. Ah, das klappt. Das klappt. Kriegen wir den auch gleich raus? Ja, öffnen wir hier den Knochen vielleicht. Oh, 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 oh. Komm schon. Okay. Fällt fast von selber raus. So. Was da alles noch drin ist? Haha. Da ist noch so viel Knochen-Zeugs hier. Ah, den hier. Komm. Oh, jetzt ist er wieder rein. Mann. Okay. Weg damit. Ja, bleibt meinetwegen dort. Die Knochen späme ich jetzt auch nicht. Das muss ich jetzt durchschneiden. Ja, drei Milliliter die Sekunde. Oh. Shit. Das war der Laser. Oh, ich muss aufpassen, dass dieses Rotor-Ding, das will ich jetzt nicht unbedingt anpassen. So, jetzt müssen wir das hier durchschneiden. Ich sehe es natürlich kaum mehr. Ja, komm. Nochmal. Ja, okay. Das haben wir durch. Auf der anderen Seite müssen wir es auch nochmal durchschneiden. Hier unten. Ja. Ja, jetzt hältst du es ganz gut eigentlich. Ja, das haben wir durch. Jetzt müssen wir ihn mal ein bisschen beruhigen. Und dafür brauchen wir den guten alten Wodka. Und so. Und die Flasche macht Schaden. Das ist so dumm. Okay, aber damit geht es runter. Da tue ich jetzt da so. Da kann ich mir hinstellen. Und das ist bei dir. Hier kann ich das aufpassen. Nein, nicht umfallen. Nein, nicht umfallen. Wenn er nämlich umfällt, fällt dann. Geht alles raus. Und tschüss, Wodka. Tschüss. Okay. Jetzt kommen wir jetzt mal raus. Komm. Wenn ich nur hinkommen würde. Ja. Bewegen. Jetzt müssen wir an das Herz kommen. Dafür müssen wir lauter Zeugs durchschneiden. Und ich habe keinen Bock darauf. Oh Mann. Und da ist unser Messer. Und das geht. Dann nehme ich hier mal für die Schere. So. Ja. Oh, das hat gut geklappt. Geht. Ist es draußen? Ist es draußen? Jetzt schon? Komm schon. Komm. Komm. Oh nein. Meine Batterie ist gleich leer. Aber ich habe es draußen. Im Endeffekt kann ich das... Oh Mann. Meine Kamerabatterie ist gleich leer. Also wenn ihr mich nicht mehr sieht, wisst ihr warum. Komm schon. Komm schon. Wir haben es gleich. Und sogar mit einem guten Blut bestanden. Nehmen wir das goldene Herz. Jetzt kommt. Boah. Geschafft. Der Trump-Podcast. Ganz schön teuer. 12.000. Aber hey. Hört ihr die Musik? Wir haben es geschafft. Wir haben Donald Trump gerettet. Die Zukunft Amerikas und der ganzen Welt ist gerettet. Und ja. Kurze Analyse. Danke, dass Sie Townsville & Medical Central Hospital gewählt haben. Die Operation wurde erfolgreich erledigt. Das Ha... Dein Harz... Dein Harz... Das Harz. Genau. Dein Herz wurde ausgetauscht mit einem neuen gemacht aus Gold. Sehr gut für dich. Bestimmt. Hier ist noch eine Zusammenfassung der Kosten des Aufenthaltes. Ja. Der goldene Hammer war dezent teuer. Aber hey. Eine halbe Million sollte einem schon für ein Herz wert sein. Oder nicht? Deswegen würde ich mal sagen... War es das, Leute. Wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr... Nein. Nein. Wenn ihr... Ähm... Search & Simulator auch ganz schön cool findet. Dann lasst gerne ein Like da. Ich schaue mal, ob ich ein bisschen mehr noch davon aufnehme. Von den normalen... Operation. Vielleicht kommt er jetzt davon noch halt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Also... Bis bald, Leute. Und... Tschau. Tschau. Tschau.